Unfassbar! Unfassbar! Haben die mir hier einen Haufen Roboter kaputt gemacht? Ich glaub's hier nicht. So, dann kann das jetzt weg. Und der hier weg. Und der hier auch. Tja. So. So, nach und nach. Halt jetzt hier ein Stückchen hocharbeiten. Nur, dann hab ich halt hier zu viel Wald ausgewählt. Wo denn? Was denn? Oh. Ich mag euch nicht. Äh, hier. Kommt schon. Weg, 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 weg. Und das. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Och, man. Muss jetzt speichern. Komm schon, mach das weg. So. Gut. Dann hier halt noch. Und hier. Ja. Weiter. Hier. Bis dahin. Dann. Hier nochmal ein Stückchen weg. Von dem Wald. So. Und hier oben halt noch. Den Masten hin. Und die Mauer. Darf ich jetzt auch nicht vergessen. Die geht hier weiter. Zack. Einen Haufen Roboter wieder, die sich ausruhen und aufladen. Gut. Das lass ich jetzt erstmal. Jetzt geh ich hier rüber. Hier hoch. Ähm. Mal das hier ausmessen. Nein! Ah! 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 Gut. 372.000. Das. Das. Und das. Kohle. Fällt. Das gehört ja mehr oder weniger zusammen. Ja. Massen. Eine Million. Okay. Okay. Ich glaube hier ist alles kaputt. Ich nehme mal die Türme und den Masten mit. Ja. Oh, um Gottes Willen. So. Hier. Hm. Nochmal. Ah. Bis hier her. Okay. Dann. Ach du Scheiße. So viel Wald. Hier durch. Oh. Hier mal ein bisschen Wald weg machen. Für den Masten. Oh. Hier mal ein bisschen Wald weg machen. Damit ich durch kann. So. Ja. Schnell. So. Ah. Mach das weg. Schnell hier runter. Ich muss. Alter. So. Schnell die Nester weg machen. Das waren nämlich noch ganz kleine. Wenn man die dann schnell tötet. Dann sind sie nicht größer. So. Uiuiuiuiui. Okay. So. So. Ne. Fische möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Hm. Gut. Dann da oben das Eisenerzfeld noch ganz gerne aus. Messen. Na ja. Das war jetzt nicht so mega viel. Aber. Es sind immerhin 280.000 Erz. Ja. Habt ihr euch jetzt aufgeladen. Ja. Ja. Habt ihr euch jetzt aufgeladen. Nochmal nach der Mauer gucken. Ja. Fehlt noch. Ein kleines Stück. So. Gut. Gut. So. Okay. Auch hier fehlt noch ein Haufen. Oh. Da fehlt auch noch Mauer. Ja. Dann steig mal ein. Mann. Was ist denn das da oben überhaupt? Ach. Geschützturm. Ja. Und wenn ich jetzt hier noch weiter ziehe. und das hier verbinde. Und das hier verbinde. Dann kann die Mauer hier komplett weg. Ich müsste nur noch die hier verbinden. Und dann kann hier oben auch ein Haufen weg. Aber ja. Das hat alles noch ein bisschen Zeit. Ach ja. Wieder eine kleine. Logistikroboter Invasion. Ja. Wo fährst du hin? Okay. Wie viel hat der? Über 16.000. Wahnsinn. Hm? Hups. Wie viel Holz habe ich denn jetzt einstecken? Wow. Okay. Ist hier überhaupt schon irgendeiner Leo? Der hier. Oh. 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 Yeah, kommt. Ich mache das ein bisschen einfacher für euch. Und lauf mal mit zu der Lagerküste. Mhm. Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis das Kupfer hier leer ist. Und der Stein, den ich da habe, der hält auch eine Weile. Aber ich habe hier unten eine Million Steine. Die kann ich ganz einfach abernten. Ich habe hier ein ordentliches Feld. Ich habe da oben ein ganz kleines Feld. Naja, der Rest ist halt mit Aliens vollgeklatscht. Was zum... Jetzt sind hier nur noch 1300. Die wollen alle aufladen. Naja dann. Ladet mal. Ich muss mal zum Stein runter. Beziehungsweise ich bleib mal hier. Ganz kurz. So, das kann weg. Das Band. Ja, das, das und das und das und das. Was ist denn jetzt schon wieder? Mann. Nerv. Kann ich die hier auch weg... So eine Statistik. Wäre schön gewesen, wenn ich das Silo von hier zugreifen könnte. Oder auf das Silo von hier aus zugreifen könnte. Okay. Das ist super. 4000 Steinen. Da komme ich eine... Gute Weile aus. Nur noch 18. Naja, dann nehmt mal die 18 Holz bitte mit. So, das hier kriegt die damit ein bisschen weniger Eisen dafür drauf geht. Ähm. Ich brauche nicht so viele Steine mit. So viele Steinmauern. Aber wenn man überlegt, was für ein riesiges Feld das war. Wie lange ich das jetzt hier schon alles am aufnehmen bin. Es ist immer noch da. Das war aber auch übertrieben. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das doch etwas zu krass war. Aber trotzdem, irgendwie hat es auch was. Nur jetzt bin ich halt froh, wenn das dann mal weg ist. Und ich jetzt mal den Eisenbahnhof planen kann. Und dann, wie gesagt, das Kupfer, der muss hier unten lang. Ich hoffe, es reicht. So. Ja. So ungefähr, ne? Ja, doch, das wird sogar passen. So. So. Oh mein Gott. So. Und die hier oben. Oh je, oh je. Zu viel. Murks gerade. So. So. Eis und Pace. Wunderbar. Wunderbar. Habe ich jetzt hier das versehen und Dings weggenommen? Nö. Okay. Dann. Zack. Zack. Und zack. Und. Zack. 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 Und zack. Ach, das ist so schick hier. So, wo ist jetzt der Balancer? Ja. Okay. Muss der hier stehen? Ich glaube nicht. Gut. Okay. Ich mach das mit. Ja. Kann ich welche bauen? Hat genug. Was fehlt denn? Fehlt Eisen? Ne, Zahnräder habe ich. Ah. Es fehlen die grünen Schaltkreise. Oh, lief mal eben welche. Oh, nein. Hier fehlt auch noch. So, zack, zack. Das steht ja bis hier hinten alles. Cool. So, auf jeden Fall habe ich jetzt genügend Material für Stapelgreifarme. Dann mach ich nämlich jetzt schon mal diese Balancer-Geschichte und sowas hier schon mal fertig. Oh, hier. Coming. Mach ich halt so. Nochmal ein paar. Truf. Okay. So. Okay, so habe ich das gemacht. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. So. Mann. So. Zack, zack. Ja. Vier. So. Zack, 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 zack. Okay. So. Ups. Jetzt die Greifarme. Und in die Richtung. Und hier und da runter und da rum und in die Richtung. Ding weg. Und der passt. So. So. Mo muss jetzt das Ding ins hin. Am besten hier. Oder? Ich setze es einfach so. Das ist ja eigentlich... Ich habe nicht festgelegt, wie der sitzen muss. Sieht trotzdem schön dämlich aus. Nö, 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 du. So. Ich will nicht wieder eine ungerade Zahl hier einstecken haben. So. Digitieren. Der hier, der da und der noch. Eins, zwei da. So. Hier, da und da. Gut. Das wäre schon mal der erste. Was ist schon hier los? Da bleiben sie. Da sind sie. Ähm. Was? Was? Hier ist ein... Uh. Uh, gerade so. Puh. Ob das was wird? Ich muss ja ein Stück weiter nach hinten. Ungefähr so. Blblblblbl. So. Ähm. Die können... ...ebenfalls weg. Ja. Das wäre die zweite Reihe. Und jetzt habe ich keine Bänder mehr. Dann hole ich mir eben welche. Teile habe ich noch genug. Okay. Ähm. So. Wo ist der dritte? Der ist hier. Und der vierte ist hier. Genau hier. Und hier ist der dritte. So. Und der Rest... ...läuft dann halt hier so schräg rum. So. Da. Hier noch ein paar Arme. Warum liegt die in der Eisenstange? Soldat. Ähm. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Chaos. Ähm. So. Das ist die eine Reihe. Zweite Reihe. Dritte Reihe. Vierte. Gut. Also theoretisch könnte ich schon mal ein Eisenzug fahren. Oder. Ich teste das hier mal. Okay. Okay. Hier unten. Da brauche ich ja auch noch welche. Jetzt muss das nur noch leer werden. Und zwar so schnell wie möglich. Ich glaube ich habe auch... ...so gut wie überall jetzt hier im Cut 3 sitzen. Ich glaube ich habe das komplette Feld ist jetzt aber auch belegt. Also hier ist nirgendswo immer Platz für nix. Wird alles abgeerntet. Okay. Sehr schön. Und jetzt ist es so gut. Wir machen den. Und dann. Wir machen den. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Wir machen den. Vielen Dank.